Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und ich habe mich aufgrund des Ukraine-Krieges dazu entschieden, einige Folgen hier auf YouTube dem Thema Trauma, Trauma und Gehirn und vor allem Trauma-Extrem, Kriegserfahrung und Flucht zu widmen. Und in dieser Folge hier spreche ich über Beziehungsgestaltung, Hilfsmaßnahmen, also gewisse Tools, die helfen können, einer traumatisierten Person zu helfen, die eventuell wieder irgendwie psychisch auf eine Situation reagiert, die eventuell getriggert wurde, die vielleicht das Dissoziieren beginnt, lauter solche Dinge können geschehen, auch in normalen Alltagssituationen, die für uns, die wir keine Kriegserfahrung haben oder eben für Menschen, die keine Trauma-Erfahrung haben, null bedrohlich sind, ja, und trotzdem kann es sein, dass in für uns harmlosen Situationen Menschen, die traumatisiert wurden in der Vergangenheit, dass die dann einfach panisch reagieren oder, ja, mit Aggression, mit Depressionen und irgendwie auch einen gewissen Realitätsverlust erleiden und, ja, in dieser Folge spreche ich darüber, was man tun kann, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen in dem Sinne man anwenden kann, um diesen Menschen in solchen Situationen einigermaßen zu helfen. Also, wie ich eigentlich immer sage, es sind keine Pauschallösungen, es ist nichts, wo man jetzt sagt, wenn das und das passiert, musst du das und das tun und das führt dann immer zu Ergebnis so und so. Weil Menschen sind unterschiedlich, wir sind keine Maschinen, aber man kann eben mit der Zeit herausfinden, was hilft und Betroffene selber müssen das auch lernen, ähnlich wie Borderline-Betroffene, die auch so gewisse Tools mitbekommen. Also, zum kurzen Verständnis, Borderline-Syndrom ist eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung und die zeichnet sich überwiegend dadurch aus, dass die Menschen, also die betroffenen Menschen, sehr impulsiv sind, auch sehr instabil, sie sind unfähig, innere gefühlsmäßige Zustände zu kontrollieren, eventuell sogar zu benennen und diese Spannungszustände werden als sehr unerträglich dargestellt und auch empfunden. Also, sie empfinden entweder Liebe oder Hass, sind immer so zwischen den Extremen hingerissen und natürlich gibt es da auch viele verschiedenste Facetten dieser Störung. Wie gesagt, es ist eine Persönlichkeitsstörung und Persönlichkeitsstörungen allgemein resultieren eigentlich immer aus sehr schwerwiegenden Traumata, dass da in der Vergangenheit, meistens in der frühen Kindheit, massiv was schiefgegangen ist. Also, zum Beispiel Kinder von sehr gestörten Eltern, die emotional kalt waren oder sie vernachlässigt haben oder eventuell auch körperlich misshandelt haben, ja, da kommt dann einiges zusammen und da kann dann eine Persönlichkeitsstörung daraus resultieren. Persönlichkeitsstörungen allgemein sind eine Klasse von psychischen Störungen, bei denen bestimmte Merkmale einer Persönlichkeitsstruktur und des Verhaltens in besonderer Weise ausgeprägt sind. Also, zum Beispiel sind die sehr unflexibel oder können sich kaum anpassen und, ja, die gehören auch mit zu den häufigsten Diagnosen in der Psychiatrie. Und, ja, also jetzt nochmal, um auf das Beispiel zu den Borderline-Patienten oder Betroffenen zurückzukehren, die haben zum Beispiel so Skill-Koffer, nennt man das. Also, wenn die zum Beispiel die Neigung haben, sich selbst zu verletzen, beispielsweise durch, ja, sich aufschneiden, Zigarettenstimme am Körper ausdrücken, ja, einfach um diese innere Spannung loszuwerden, neigen die dann eben sehr stark zu Selbstverletzungen oder auch zu massiven Drogenmissbrauch, um sich da zu betäuben. Und die lernen dann im Laufe der Therapie ein gewisses Skill-Training und bekommen so eine Art Skill-Koffer an die Hand, wo sie alles Mögliche reintun können und auch mental irgendwo verankern können, auf Notizblöcken oder dergleichen, dass sie einfach wissen, okay, wenn ich mich wieder so und so fühle, dann kann ich das und das tun, um diese Spannung loszuwerden, aber ich muss mir eben nicht selbst wehtun, sondern ich kann das auf andere Art und Weise. Also zum Beispiel je nach Spannungsgrad, ne, dass man irgendwie, was gibt's alles, ähm, Betroffene, dass sie dann zum Beispiel barfuß laufen auf Steinen, die eben in die Haut drücken. Also jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie aufschneiden oder verletzen, keine Spitzensteine, aber schon so, dass da ein Druckgefühl da ist. oder was gibt's noch an Ammoniak riechen, ähm, Chili essen, irgendwas Scharfes, also irgendwas, was sie körperlich wieder so ins Jetzt holt und was diesen Spannungszustand, äh, beendet oder zumindest verringert, dass er wieder erträglich wird. Also die können dann eben auch, äh, Abstufungen vornehmen, gemeinsam mit den Therapeuten, wo sie dann eben im Laufe der Zeit rausfinden, okay, wann fühle ich mich wie und wie reagiere ich dann darauf und was könnte ich stattdessen als Alternative tun. Und ja, derartige Skill-Training-Skill-Koffer, ähm, also sozusagen Fähigkeiten, die die erlernen, sozusagen wie sie mit diesen Spannungsgraden umgehen. Ähm, sowas Ähnliches gibt es auch bei traumatisierten Menschen, dass sie eben sogenannte, ähm, Erste-Hilfe-Koffer für sich selber basteln. Das heißt jetzt nicht, dass jemand sich irgendwie einen Koffer baut, handwerklich, sondern es kann auch mental geschehen oder eben einfach irgendwie eine Tasche oder dergleichen und da Sachen rein tut, die ihm nachweislich oder ihr helfen, zurück in die Gegenwart zu finden und eben nicht abzudriften in die Vergangenheit, in die Situation des Traumas oder der Traumata. Okay, das war jetzt ein kurzer Vorausblick, sage ich mal. Ich komme jetzt erst mal zur Beziehungsgestaltung. Ich hatte es in einer vorherigen Folge auch schon mal erwähnt oder eigentlich mehreren. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich vieles überschneidet oder ja, zum Teil natürlich auch wiederholt, aber du kannst halt einfach nicht über Trauma sprechen wie in einem Referat, dass du mit einer Jahreszahl beginnst und dann geht es so chronologisch weiter, bis du im Jahr 2022 landest, sondern natürlich kommst du noch mal zu Themen zurück oder greifst noch mal irgendetwas auf, um einfach diesen roten Farben zu haben und auch, weil ich eben denke, dass manche Themen am Anfang recht abstrakt sind, aber dann, wenn man manche Sachen noch dazu erklärt hat und das dann noch mal aufnimmt thematisch, wenn auch vielleicht kürzer und nicht so intensiv, dass dann das Verständnis noch mal besser ausreifen kann und auch noch mal mehr gefördert wird. Also deswegen bitte nicht wundern, warum ich manche Sachen öfter sage. Das liegt einfach daran, dass vieles eben miteinander verbunden ist und ja, ich manchmal auch einfach so spontan, Freestyle-mäßig erzähle und ich bin mir aber dessen bewusst und ich denke aber, das ist alles okay. Okay, Beziehungsgestaltung. Allgemein, natürlich, wie eigentlich mit jedem Menschen, egal ob er jetzt traumatisiert ist oder nicht, in Klammern, ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen traumatisiert sind und es sich nicht wissen, aber das hatte ich auch schon in der vorherigen Folge gesagt. Ja, respektvoll. Also, keine Sorge, das wird jetzt nicht so ein Monolog mit Ja, in der heutigen Zeit, es gibt keine Werte mehr und kein Respekt und weil ich weiß, man denkt sich dann immer so, alles klar, bitte aufzureden so. Aber ich muss es leider trotzdem kurz anschneiden, denn heutzutage fehlt tatsächlich überwiegend der Respekt. Mir ist das auch bei mir selber aufgefallen zum Teil, dass ich mir manchmal so denke, okay, Deborah, da warst du jetzt nicht so respektvoll. Also, das war jetzt nicht so die Art, die du eigentlich von dir selber erwartest. Ja, also ich nehme mich da nicht aus. Aber wir sind eben alles Menschen und jeder hat so seine wunden Punkte oder seine Knöpfe und wenn die gedrückt werden, dann kann jeder Mensch irgendwie, ja, auch mal, ne, über seine eigenen, äh, Regeln, sag ich mal, drüber gehen und sich dann im Nachhinein auch denken, naja, also so gut war das jetzt nicht oder so respektvoll, aber dann kann man sich immer noch entschuldigen oder, ja, wie auch immer und dann ist auch irgendwann alles wieder gut und, oder auch nicht. Aber, ähm, ja, wir sind wie gesagt alles Menschen, aber, also, es geht eigentlich mehr darum, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was ist überhaupt Respekt, weil ich weiß schon, dass das halt alles teilweise einfach so Worte sind, so wie Pfanne, Tastatur, Pepsi-Dose und dazwischen halt irgendwas wie Respekt, Werte, Menschlichkeit. Das schmeißt man halt irgendwie so hin und benutzt es so inflationär, aber gelebt wird es eher nicht so im Alltag und, ja, dass wir uns das einfach immer wieder bewusst machen, eben gerade mit Menschen, die ein Trauma haben, die sind sowieso sehr sensibel, sehr leicht eben auch irgendwie da, ja, irgendwie zu triggern. Also, ich, ich sage ja nicht, dass Menschen absichtlich Menschen, ähm, verletzen, wobei es solche Leute leider auch gibt, aber traumatisierte Menschen sind eben noch mal sensibler, haben nicht so eine dicke Haut, die müssen erst mal alles verkraften, also jetzt gerade in Bezug auf die Menschen, die aus der Ukraine fliegen, das sind einfach, äh, fliegen, fliehen, das sind einfach, ja, das sind Geschichten im Leben, die, ja, also ich bin Realist, ähm, ich, ich werde jetzt nicht tausendmal sagen, das darf doch alles nicht wahr sein, weil ich sehe ja, es ist wahr und jetzt müssen wir damit klarkommen, aber, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die, die Menschheit der Zukunft, dass die wirklich mehr den Fokus auf Traumaprävention legt und nicht auf Umgang mit traumatisierten Menschen und Krieg ist zum Beispiel ein Trauma, was sich definitiv vermeiden lässt, Krieg ist die höchste Form eines schlafenden Bewusstseins, also Herr Putin ist mit der unbewussteste Mensch, den es gibt, weil, wenn du deine Ziele nur erreichen kannst, indem du anderen schadest, dann, dann bist du mehr als egozentrisch, das ist, für mich ist das auch eine Form der Persönlichkeitsstörung, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, ja, so im Alltag, uns fehlt eben oft der Respekt, uns fehlt oft Empathie, wir sind oft zu schnell, wir verurteilen Menschen schnell, wir stecken sie in Schubladen, wir sehen nur, aha, jemand ist anders und zack, ähm, grenzen wir die Person aus oder denken uns irgendetwas Beurteilendes, immer so Facebook-mäßig, Daumen hoch, Daumen runter, finde ich gut, finde ich schlecht, sieht schön aus, sieht hässlich aus, ist schlau, ist dumm, immer nur diese Extreme, aber, ähm, alles, was da dazwischen liegt, das wollen wir im Alltag eben nicht, nicht wahrnehmen und, ja, ich hatte das auch schon mal in einer anderen Folge erklärt, dass, dass ja im Alltag für uns eigentlich auch nicht irgendwie bewusst getroffen wird, die Entscheidung, sondern wir wollen halt auch, also unser Gehirn will Energie sparen und muss immer gucken, ist uns jemand, äh, nützlich oder nicht, kann jemand gefährlich werden oder nicht, aber Bewusstsein bedeutet eben, dass wir immer mal wieder rauszoomen aus unserem Leben und uns das Ganze im Ganzen angucken und dann auch zu sehen, ist es wirklich nötig, dass ich unfreundlich bin zu dieser Person oder ist es wirklich nötig, dass ich mich über jemanden lustig mache, der einfach anders ist als ich oder ist es wirklich nötig, dass ich, ja, irgendwie, mal nicht irgendwie aus meiner Komfortzone rausgehen, mich dann eben mit der Person über dieses und jenes Thema unterhalte, auch wenn es mich vielleicht nicht interessiert, aber ich spüre, es ist irgendwie wichtig für sie und vielleicht hat die auch niemand anderen und dann höre ich eben zu. Und gerade mit traumatisierten Menschen ist es so, dass, ähm, ja, dass die einfach geistig noch so in dieser Traumasituation drin sind und die dann eine ganz andere Form vom Respekt brauchen, weil du kannst mit denen nicht umgehen wie mit jemandem, der eben keinen Krieg und keine Kriegsfluchterfahrung erlebt hat. Ja, weil diese Menschen stecken voller Angst und, ja, die leben einfach eine andere Realität. Sie sehen die Welt durch einen anderen Filter. Sie sehen die Welt mit anderen Augen und deswegen kann man mit denen nicht so oberflächlich vielleicht quatschen. Also, so diese Themen, die man so auf einer Grillparty oder so hat, weil die immerzu in dieser, diese Panik haben und wo wir dann vielleicht von außen sagen würden, ich verstehe das Problem nicht, hier ist doch alles gut, hier ist doch gar keine Gefahr. Ja, wir grillen, wir chillen, wir genießen die Sonne, wieso kann die Person nicht einfach Spaß haben? Ja, und da werden auch oft Menschen irgendwie so als Spaßverderber abgestempelt oder so, ja, mit dem kann man nichts machen oder mit der kann man nichts anfangen und die ist immer nicht gesprächig, der ist so unnahbar, die zieht sich zurück, was stimmt da nicht? Ja, aber für jedes Verhalten gibt es Gründe und kein Mensch legt ein Verhalten an den Tag, um andere bewusst irgendwie zu schaden, sondern in erster Linie für sich selbst erst mal. Ich glaube das sogar bei Herrn Putin, dass der nicht morgens aufsteht und sagt, so, jetzt schlachte ich irgendwie Russen, äh, Ukrainer ab, sondern es ist einfach sein Stolz, sein, sein verletzter Stolz, dieses, das gehört doch alles zu Russland und wir wollen die Weltmacht von früher zurück, so diese alte Größe und, ähm, dieses Nationalistische und dass das für ihn tatsächlich eher so eine Art Kollateralschaden ist, dass da jetzt Hunderttausende von Menschen fliehen müssen, dass so viele Menschen ihr Leben verlieren, auch russische Soldaten auf seiner Seite, das sieht er alles so als Kollateralschaden an, also nehme ich an. Ja, so, ja, als kleines Übel, was man eben in Kauf nehmen muss, um das große Russland wieder zu der Größe zurückzuführen, die es mal hatte und, ja, also, ist natürlich gestört, aber, ja, der Typ braucht auch eine Therapie, aber da er an der Macht ist, schickt ihn da keiner hin. Ja, also, respektvoll ist er auch nicht, definitiv, und wir müssen aber umso respektvoller sein mit den Menschen, die traumatisiert sind durch den Krieg. Gleichzeitig müssen wir klare Grenzen setzen und klare, verbindliche und durchschaubare Regeln aufstellen. Also, es muss wirklich zu jeder, zu jedem Zeitpunkt und überall klar sein, was, wann, warum gemacht wird. Es darf eigentlich so wenig wie möglich Freiraum sein für, ähm, für Hinterfragungen, dass man irgendwie das nicht verstehen kann oder sich denkt, hör, wieso ist das jetzt bei dem so und bei der so und das, ne, das dann irgendwie so aussieht, als wäre das immer abhängig davon, welche Person gerade da ist oder, ähm, ja, wäre das gerade wie interpretiert, sondern es muss klar sein, es muss transparent sein und man muss auch klar Grenzen setzen und sagen, pass auf, da und da reden wir, da und darüber und da und da habe ich Zeit und, aber ich habe auch noch mein eigenes Leben und das ist auch gut so, weil, ich kann nicht rund um die Uhr, ne, Notbetreuung oder so machen, weil dann gehe ich kaputt und dann kann ich gar keinem mehr helfen, auch morgen dann nicht mehr. Das ist eben diese gesunde Abgrenzung, die jeder Mensch auch, ähm, machen muss, weil ohne Grenzen gehst du früher oder später kaputt. Das passiert allen Leuten mit Helfer-Syndrom, dass sie irgendwann einfach kaputt gehen, weil sie merken, sie haben sich vollkommen übernommen. Dazu habe ich auch mal gehört, als ich angefangen habe, soziale Arbeit zu studieren, ich wollte gefühlt so die ganze Welt retten und, äh, es war natürlich absolut lächerlich und hat absolut nicht funktioniert und es war absolut naiv und, ja, ähm, da muss man dann erstmal, da muss man erstmal aufwachen und, äh, gucken, wie, wie die Welt wirklich funktioniert, so. Ja, zu den klaren Regeln gehört auch Nähe und Distanz, also man ist freundlich, liebevoll, man, ne, versucht, ähm, oder was heißt man versucht, man ist nett und respektvoll zu der anderen Person, aber es gibt auch eine gesunde Distanz, also das ist jetzt nicht so dieses, hey, wir haben zwar gerade über intimste Sachen geredet und, und die, deine schlimmsten Ängste, aber, ähm, komm doch jetzt noch zum Übernachten oder so, weißt du, also das, gerade im, im professionellen Bereich, da muss es dann schon eine Distanz geben, wenn es jetzt wirklich von Anfang an Freunde sind, dann ist es wieder was anderes, aber auch da muss man auf Distanz achten, eben aufgrund wieder, ähm, der eigenen Psychohygiene und, äh, dass man sich selber eben, äh, für sich selbst sorgt, also Selfcare, ich kann das nicht oft wiederholen, Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, brauchen Selfcare, ohne Selfcare ist jeder lost, ähm, liebevoller Kontakt, gemeinsam lachen, Sicherheit schaffen, äh, Fokus auf Ressourcen, also was kann die Person, welche Fähigkeiten, welche Stärken hat sie und die irgendwie im Alltag hervorbringen, dass sie wieder Erfolgserlebnisse haben und nicht nur ständig eben an diese Trauma auslösenden Situationen denken, in dem Fall jetzt der Ukraine, der Krieg und die Flucht, den sozialen Kontakt aufrechterhalten, vor allem im Hier und Jetzt bleiben, also gar nicht groß jetzt irgendwie hin und her pendeln, weil Menschen, die schwer traumatisiert sind, die können auch keine großen Pläne machen, und da ist es manchmal zu viel gefragt, wenn du sagst, so was, was macht ihr in zwei Stunden oder in zwei Tagen, ähm, ja, da kannst du dann nicht sagen, hier, leg mir bitte bis Montag, äh, zehn Uhr deinen Fünfjahresplan vor, das geht nicht, die Menschen sind absolut im Überlebensmodus, und die, äh, hoffen einfach nur, dass sie überleben, da ist nichts mit Großplanen, ja, die wollen die Familie durchbringen, die wollen, dass, ähm, die Familie wieder zusammenkommt bei, ähm, ja, bei nächster Gelegenheit, so zynisch das auch klingt, ja, und deswegen, Gegenwart, 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 denn die, ja, die Gegenwart, die, die, die zerrinnt, so wie Sand zwischen den, zwischen den Fingern, traumatisierte Menschen berichten auch oft davon, dass sie überhaupt kein Zeitgefühl haben, so, so was, ist schon wieder ein Jahr vergangen, was, eine Woche, ein Jahr, keine Ahnung, kann auch gestern gewesen sein, kann morgen sein, ist alles gleich, jeder Tag ist gleich, täglich größtes Murmeltier, aber eben die traumatisierte Version, und, ja, deswegen, man muss wirklich sehr behutsam mit diesen Menschen umgehen, weil, einfach ihr Bewusstsein, so, eingeschränkt auch ist, ihr Fokus, ihre Gedanken, alles wurde beeinträchtigt von diesen Trauma, da, und, ähm, da, da ist nichts groß mit, ähm, planen und überlegen, und, also, da ist wie so eine Denkblockade im Kopf, da ist einfach nur, wie schaffe ich den nächsten Tag, wie schaffe ich diesen Tag, wie schaffe ich die nächsten 24 Stunden, oder, wie schaffe ich überhaupt die nächste Stunde, das ist halt knallharte Überlebenskampf, und das kann eben am Anfang auch noch so sein, selbst wenn sie dann schon hier im, in, in einem sicheren Land sind, wo die Bomben nicht fallen, aber einfach diese Emotion, dieses Trauma steckt noch so tief in ihnen, das kann man nicht einfach an der Grenze abschütteln, ja, Beständigkeit ist wichtig, Eindeutigkeit ist wichtig, kein Wischiwaschi, kein vielleicht, dies, das, sondern so und so, ja, nein, und Kontinuität, klare Regeln, ein klarer Alltag, feste Routinen, gerade für traumatisierte Kinder und Jugendliche, ist dieser feste Ablauf in der Kita und in der Schule unendlich wichtig, weil sie wieder dieses brauchen, dieses, um die, um die und die Uhrzeit gibt es das und das, und das und das passiert, also diese Vorhersehbarkeit, ja, alles, was irgendwie von der Routine abweicht, ist dann schon wieder verunsichern für sie, also wenn man, sage ich mal, irgendwie eine halbe Stunde später anfängt zu essen, oder irgendwie, aufgrund von irgendeinem Ereignis, was jetzt dazwischen kommt, ähm, dass man da irgendwas verschiebt im Ablauf, das kann die total rausbringen, die können dann wirklich richtig ausrasten, oder fangen das Weinen an, weil die das einfach verunsichert, weil sie dann nicht mehr wissen, okay, was passiert als nächstes, wenn jetzt das Frühstück schon verschoben wird, äh, was, was ist dann als nächstes, ja, was, was passiert da mit mir, die müssen wissen, was, wann, wo, wer, wie, warum, und deswegen ist Routine, feste Zeiten, feste Orte, wirklich das Beste, was man Kindern, die traumatisiert sind, geben und schenken kann, und so komme ich jetzt an dieser Stelle auch zum nächsten Punkt, und zwar, Grounding-Interventionen, Grounding ist ein relativ neuer Begriff, glaube ich, und spricht eigentlich das Thema Orientierung an, also, Grounding bedeutet an sich, dass man vollständig gegenwärtig ist, sich seiner selbst und der Umgebung bewusst ist, und um dorthin zu gelangen, muss man auf verschiedenen Ebenen des Seins orientiert sein, also Zeit, Raum, und Körper, Orientierung und Grounding ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag und ständig machen, und es gibt kein anderes Tool, was wir so oft verwenden, also, das ist etwas, was wir wirklich ständig machen, also, du bist dir in der U-Bahn bewusst, dass du in der U-Bahn bist, ähm, also vorausgesetzt, du bist gesund und nicht auf Droge oder so, oder eben gesundheitlich beeinträchtigt, ne, ähm, du weißt eigentlich meistens immer, welche Uhrzeit ungefähr es ist, ich gebe zu, seit der Pandemie weiß ich sehr oft nicht, welche Uhrzeit es ist, und manchmal auch nicht das Datum, google ich schnell, ähm, und dann weiß ich es wieder, also es ist schon besser geworden, ja, keine Sorge, aber so zu Beginn der Pandemie, manchmal dachte ich so, boah, keine Ahnung, irgendwie so, das Wetter ist irgendwie immer gleich, und, ja, das war schon sehr, also, ohne Struktur in der Pandemie wäre ich wirklich, also, da wäre ich auch lost gewesen, am Anfang war ich auch ein bisschen lost, aber ich habe mich dann schnell wieder gefangen, weil, also, ohne Struktur kann ich mein Leben nicht leben, also, ich kann nicht so, irgendwie lang ausschlafen, und dann so wischiwaschi, und mal gucken, was der Tag bringt, das macht mich total unruhig, und, also, ich muss auch immer wissen, so, okay, was mache ich jetzt, und, also, klar mache ich viele Sachen auch spontan, aber so ein grober Rahmen muss da sein, und auch mein Miracle Morning, was ich da in der einen Folge erzählt habe, ähm, das ist für mich wirklich so, Pflichtprogramm, weil es mir einfach so ein richtigen, so ein gutes Priming gibt, einfach für den Tag, und ich dann auch gleich so einen guten Vibe habe, mh, ja, also, ich kann irgendwie so, so wie ich früher gelebt habe, so könnte ich gar nicht mehr leben, so dieses, ja, mal gucken, und da, und dort, und, nee, ich brauche schon so einen gewissen Rahmen, in dem sich alles bewegt, und, ja, okay, bin wieder etwas abgeschweift, Zeit, also, wie gesagt, an sich wissen wir das, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, dann wissen wir schon, okay, es ist jetzt Samstag, es ist Montag, äh, ich glaube, aber vielen Menschen ging das so, gerade durch Homeoffice und so, dass viele so nicht mehr wussten, okay, welcher Tag es eigentlich war, ich bin immer zu Hause, und keine Ahnung, aber an sich, Zeit ist uns immer irgendwie ein Begriff, wir wissen, wer ist gerade Kanzler, oder, zumindest wissen das ein paar Deutsche, wir wissen das Datum, wir wissen Termine, ähm, wir wissen ungefähr, wie alt wir sind, aber irgendeinem Alter fängt man halt zu rechnen an, wir wissen, wann die letzte Geburtstagsfeier war, wann wir das letzte Mal was gegessen haben, also, sollten wir bestenfalls wissen, wir wissen alle Berufe, die wir mal ausgewübt haben, wann unser Schulabschluss war, ähm, wie viel Zeit vergangen ist, seit, keine Ahnung, dem letzten Mal, Liebeskummer, oder, dem letzten Ereignis, was uns irgendwie hat weinen lassen, wir wissen, wie alt unsere Kinder sind, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Freunde, wie lange wir noch brauchen, um ins Rentenalter einzutreten, ob wir die Steuererklärung schon gemacht haben, wie oft wir umgezogen sind, ähm, also lauter solche Dinge sind uns eigentlich immer irgendwie bewusst, und die sind uns auch überall bewusst, ob du jetzt in der U-Bahn fährst, oder, äh, dir einen Uber rufst, ähm, das ist uns eigentlich immer alles klar. Nun ist es aber so, dass wenn Menschen traumatisiert sind, und jetzt gerade eben getriggert werden, durch etwas, also ein Geruch, oder eine Farbe, oder, ein Gefühl, ein Lied, es kann ja wirklich alles ein Trigger sein, ein Auslöser dafür, dass jemand aufgrund des Traumas, wieder in so eine Schreckspanikreaktion gelangt, und, ähm, eventuell auch das Dissoziieren anfängt, also Dissoziation nochmal kurz, als Erläuterung, ist eben eine Form der Abspaltung, als Schutzvorkehrung der Psyche, vor, ja, weiteren seelischen Schmerzen, die die Psyche einfach nicht überstehen kann. Und wenn jetzt jemand getriggert wird eben, im Alltag, der traumatisiert ist, und dieses Trauma noch nicht so ganz verarbeitet hat, und auch noch nicht so wirklich diese Skills hat, ähm, der kann dann nicht sagen, so, nee, ähm, oh, ich wurde getriggert, jetzt entspanne ich mich mal, dann wird's wieder, ähm, das kannst du nicht einfach so erreichen, ja, weil dann gäbe es auch keine Menschen, die irgendwie, bei ihrer Krankenkasse irgendwelche Entspannungstrainings abstempeln lassen, in der Hoffnung, dass sie dann Geld zurückbekommen, diese, wie nennt man das, Bonusprogramme und so, ja, also irgendwie, wenn du jemandem erzählst, du bist gestresst, dann nickt der nur, weil die meisten Menschen sind immer gestresst, und es ist auch so ein Normalzustand, äh, gerade in der westlichen Welt, in Klammern, ich möchte hinzufügen, dass das kein normaler Zustand ist, genauso wie all die Menschen, die immer sagen, wie viele Überstunden sie haben, und wie fertig sie sind, weil sie so viel arbeiten, ich kann es immer nicht wirklich bewundern, äh, außer jetzt Leute wie Feuerwehrleute oder so, weil die einfach wirklich durchgehend irgendwo gebraucht werden, die schließe ich aus, also solche Berufe, aber jetzt so diese klassischen Bürojobs oder so, wenn da einer irgendwie sagt, ja, und dann hat er das noch gemacht, und das, und das, und das, das beeindruckt mich einfach nicht, weil ich mir immer denke so, sorry, aber du kannst dich halt einfach nicht abgrenzen, und, ähm, ja, sorry, aber der Job ist auch nicht so wichtig, dass du dich dafür jetzt kaputt machst, in deiner Gesundheit, also, ist einfach cringe, so dieses, in Deutschland immer dieses Pochen auf Leistung, und dann immer vergleichen, also, ich habe so und so viele Stunden gearbeitet, und so und so viel, also, es ist halt auch nicht smart, so, ähm, es ist hart, aber nicht smart, und harte Arbeit, ja, wenn Leute sich kaputt machen, für die Arbeit, dann, das ist auch einfach ein kaputtes Mindset, und die neuen Generationen checken, dass, die wollen eine Arbeit, die Sinn hat, aber sie wollen nichts, wo sie sich irgendwie aufarbeiten, und, und dann auf Familie und Freunde verzichten müssen, ähm, lieber machen sie dann irgendwie weniger Geld, oder finden irgendeine andere Lösung, ähm, solche Geschichten wie Carsharing, und dieses, dieser Trend, dass man nicht mehr alles selber besitzen muss, dass man viel mehr teilt, und sich Sachen ausleiht, oder so, da merkt man schon, es geht so in ein neues Paradigma eben rein, nicht mehr dieses Ich, 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 und ich besitze das, und dies und das, und das teile ich aber nicht mit dir, weil kauf dir selber, ähm, ne, das ist so dieses alte Mindset, und das Neue ist doch so mehr dieses, okay, dieses ganze Materielle ist irgendwie Bullshit, und es ist eigentlich von Anfang an klar, wir werden sowieso alles sterben, und du kannst nichts mit in dein Grab nehmen, aber, ähm, trotzdem leben viele Menschen heutzutage einfach noch sehr materialistisch, und denken, wenn sie dieses und jenes haben, dann haben sie es geschafft, aber sorry, Diggi, du hast gar nichts geschafft, und, ja, wenn du deine Gesundheit dafür kaputt gemacht hast, dann sowieso nicht. Okay, Klammer zu, wo war ich? Genau, also Menschen, die getriggert werden, die können sich erstmal nicht um Entspannungstechniken bemühen, ähm, solange sie eben nicht dieses Zeitraum-Körpergefühl haben, ist es eigentlich unmöglich, sich zu entspannen, weil das Nervensystem reagiert immer noch auf die Vergangenheit, und in der Fachsprache sagt man auch, dass man erst als Betroffener die Neurozeption hin zur Sicherheit bewegt, also Zeption, man kennt es von Perzeption, äh, Wahrnehmung, und Neuro eben wie neurologisch, also vom Gehirn her, dass man diese, ja, dieser Prozess, also wie unser autonomes Nervensystem, Gefahr und Sicherheit spürt, und das findet eben überwiegend über Körper- und Sinnesempfindungen statt, und Neurozeption, und damit auch das Ergebnis, ob das autonome Nervensystem sich sicher fühlt oder nicht, das ist an sich unabhängig von unseren bewussten Gedanken und Meinungen, also du kannst zum Beispiel auch dir bewusst so denken, also du kannst zum Beispiel in deine Arbeit gehen, und die sagen, hier ist keine Bedrohung, ich mache einfach meine Arbeit und gehe wieder, und also rein objektiv, da ist nichts Gefährliches, und auch wenn du andere fragst, sagen die, das ist ein ganz normaler Job, keine Ahnung, das ist nichts Gefährliches, aber du gehst da rein und hast die ganze Zeit Bauchschmerzen, dir wird übel, du kriegst Panikattacken, du kriegst Kopfschmerzen, du hast Symptome einfach, wo du nicht weißt, was ist da los, was stimmt da nicht, das ist so dieses Bauchgefühl, sagen wir es in der Alltagssprache, du spürst, da stimmt was nicht, du kannst es nicht in Worte fassen, du versuchst es vielleicht deinen Kollegen zu erklären, du versuchst es dann deinen Vorgesetzten zu erklären, du versuchst es Freunden zu erklären, aber die wenigsten können es so wirklich nachempfinden, weil die gucken sich das so von außen an und sagen, wieso, was ist denn, da ist doch nichts, passt doch alles, was ist dein Problem, aber du spürst, da ist was, du kannst es mit deinem Verstand nicht greifen, aber du reagierst körperlich, und ja, in so einem Fall kannst du dann eben nicht sagen, so, jetzt mache ich mal eine Atemübung und entspanne mich und mache schöne Musik auf YouTube an und trinke einen japanischen grünen Tee, oder so, und dann geht es wieder, weil das ist dann einfach nur so eine akute Symptombekämpfung, was kommt dir wieder, und wenn du jetzt jemanden triffst, der eben getriggert ist durch irgendwas, dann kannst du auch nicht sagen, ach, trink mal einen Tee und chill, ist doch alles halb so wild, wenn der das so spürt, dass was nicht stimmt oder dass er eben wieder so in der Vergangenheit ist, dann ist das für ihn so, das ist seine Realität und die muss man anerkennen, also es nützt nichts, zu einem traumatisierten Menschen zu sagen, da ist doch nichts, oder die Gefahr ist doch vorüber, so, passt doch alles, jetzt reg dich ab, steige dich doch da nicht rein, oder noch schlimmer, diese Leute dann irgendwie lächerlich zu machen, so, ha, schau dir den an, was für ein Psycho, der spinnt, der erfindet Sachen, der stellt sich hier so als Opfer hin, aber hier ist doch alles in Ordnung, was soll denn das, ja, und beim Grounding geht es jetzt quasi drum, dass man die betroffene Person an Dinge erinnert, die sie heute machen, im Gegensatz zu der Zeit, als das Trauma akut war, wo sie das noch nicht gemacht haben, man kann zum Beispiel eine Timeline verwenden, eine Art bildliche Vorstellung davon, erschaffen sozusagen, wie viel Zeit vergangen ist seitdem, durch einen Zeitstrahl, den man dann für das Leben quasi aufzeichnet, also man kann ihn natürlich auch imaginieren, also in der Vorstellung sich erschaffen, oder eben greifbar auf einem Papier oder mit einem Faden oder was man halt gerade so zur Hand hat und dann überlegt man sich, okay, wie lang ist so ein Jahr und wie ist dann die Distanz zwischen dem Trauma und der Zeit jetzt, um einfach mit der Person zusammen zu gucken, okay, schau mal, wir sind jetzt hier, da war das Trauma, schau mal, so viel Zeit ist vergangen, ich verstehe, dass du dich gerade so und so fühlst, aber machen wir den Faktencheck, also laut dieser Timeline ist es schon so und so weit weg, das ist gerade wieder in deinem Kopf präsent, aber es ist nicht die Realität, also es ist zwar jetzt gerade deine Realität, aber an sich ist es nicht real und damit zeigst du halt auch so, okay, pass auf, ich registriere erstmal, ich nehme wahr, dass das jetzt deine Realität ist, du bist getriggert durch irgendetwas und es ist wieder für dich präsent, aber es ist, ich bestätige und versichere dir, es ist nicht mehr da. Diese Angst, die du jetzt hast, die spürst du, aber das Trauma, die Bedrohung ist jetzt nicht hier. Man könnte das Ganze zum Beispiel auch in einem Flur machen, dass man sagt, ein Flur ist die Timeline und die Türen sind dann verschiedenste Lebensereignisse, also da kann man wirklich sehr kreativ sein, ist natürlich auch davon abhängig, wo das stattfindet, mit wem das stattfindet, also was genau passiert ist, wie gut man die Person kennt und so weiter und so fort. Ich nenne hier jetzt nur, wie gesagt, so allgemeine Tools, also Werkzeuge, die man anwenden kann und wenn du dich dafür interessierst oder mir irgendwas Konkretes schildern möchtest und meine Meinung dazu hören möchtest oder mir eine Frage stellen möchtest, dann mach das gerne in den Kommentaren oder schreib mir eine private Nachricht, das ist alles überhaupt kein Problem. Falls imaginieren nicht geht, kann man auch irgendetwas nehmen, ein Gegenstand, ein Punkt im Raum oder ein Baum außen und dann Schritte machen und diese Schritte abzählen und sagen, pass auf, so und so viele Schritte entsprechend der und der Zeiteinheit, ja, also man kann da wirklich alles benutzen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da ist jemand getriggert, dann müssen wir in unseren Therapieraum, wo all unsere Werkzeuge liegen und alles, was wir so benötigen, weil da ist es dann zu spät, ja, der ist meistens nicht vorhanden, also die wenigsten Menschen werden nur getriggert im Therapieraum, ja, also die werden eben im Alltag getriggert, beim Einkaufen, keine Ahnung, die riechen an einem Stück Obst oder irgendwas und werden dann so bam, ne, kriegen so Flashback und sind plötzlich in der Vergangenheit, wo du von außen einfach nicht begreifst, was da jetzt genau, warum das jetzt so ist, du denkst dir, hä, wir sind hier nur einkaufen, hier ist doch keine Gefahr, aber irgendwas hat es eben ausgelöst und bam, ist es in dem Betroffenen, dessen Gehirn wieder präsent und wie gesagt, dann nützt es nichts, das dann dem ausreden zu wollen oder so, ach passt schon und ist nicht schlimm, kann auch sein, dass der dann wie eingefroren da stehen bleibt und du den nicht mehr rausbekommst, ja, äh, gab auch schon Fälle, wo dann einfach Leute so eine krasse Panikattacke hatten, die konnten kaum mehr atmen oder sind ohnmächtig geworden, also es gibt wirklich ganz starke körperliche Reaktionen und das verstehen Außenstehende auch nicht, weil wie gesagt, die denken sich so, hä, wir sind einfach nur einkaufen, hier ist kein Krieg oder hier ist kein Mensch mit Waffe oder solche Sachen, aber wenn das im Kopf drin ist, dann ist das die Realität und letztlich musst du dir so vorstellen, dass jeder Mensch in seiner Realität lebt, nicht nur traumatisierte Menschen, du und ich auch, ich sehe die Welt ganz anders aufgrund meiner Erfahrungen und du siehst die Welt so wie du sie siehst aufgrund deiner Erfahrungen, klar, irgendwo trifft man sich, aber trotzdem gibt es auch viele Abweichungen, ja, wir können irgendwie eine Situation erleben und ich empfinde sie vielleicht komplett anders als du, ja, oder interpretiere es anders, ja, je nachdem, was so passiert ist, wie ich mit dir vielleicht auch kommuniziere oder nicht kommuniziere, wie wir klarkommen, vielleicht hast du Höhenangst und gehst nicht mit mir in den Hochseilgarten und sagst dann, oh Gott, mit Deborah war völlig, völlig katastrophal, der Ausflug und ich denke mir so, okay, cringe, warum ist der nicht hochgeklettert, ist doch cool und so, ja, das ist halt dann nicht so, dass meins richtig ist und deins falsch oder umgekehrt, sondern einfach, wenn du Höhenangst hast und ich nicht, klar, interpretieren wir dann den Hochseilgarten unterschiedlich, ja, und so musst du dir das auch ähnlich vorstellen bei Traumata, das ist dann natürlich die extreme Version, ja, das war jetzt nur so ein Beispiel zur Vereinfachung. Eine klassische Orientierung, um sich in einem Raum zu orientieren, ist wohl die 5-4-3-2-1-Übung, die unterscheidet sich insofern ein bisschen, wie Leute das anwenden, ähm, als, ja, manche eben sagen, die Reihenfolge gehört so und so und die anderen sagen so und so, aber, ja, man kann einfach gucken, was sich für einen am besten anbietet oder am besten noch für den Betroffenen, sofern man eben länger mit dem zusammenarbeitet, also wenn du jetzt mit einem Menschen zu tun hast, den du vorher noch nie gesehen hast und du gehst davon aus, dass der traumatisiert ist, dann kannst du den natürlich nicht einschätzen und bestenfalls einfach was versuchen, aber wenn du jemanden kennst, kannst du ja diese Übungen vorher auch schon mal mit dem machen, in einem normalen Zustand, sag ich mal, also ohne Trigger und, äh, dann weiß der schon unterbewusst dann langsam, okay, das und das wird gefragt und so und so. Ja, also bei der 5-4-3-2-1-Übung, ähm, da geht man so vor, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, nenn mir mal fünf Dinge, die du sehen kannst, vier Dinge, die du tasten kannst, drei Dinge, die du hören kannst, zwei Dinge, die du riechen kannst, ein Ding, das du schmecken kannst, wohlgemerkt, das kannst du selbst auch bei dir, wenn du Betroffener bist, aber da gehört schon sehr hohes Maß und Selbstregulation dazu, weil zu Beginn von, von Therapien auch und so, das sind die meisten gar nicht fähig, also da, da wissen die das eben in der Theorie, aber praktisch können sie es nicht anwenden, weil, ja, das Abdriften einfach zu krass ist, das Trauma noch zu präsent und die das ohne Hilfe nicht schaffen und, ja, aber ich sage auch immer so, also lieber, lieber so halbperfekt in der Praxis als perfekt in der Theorie, also, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich bin in der, ja, ich habe jetzt gesagt, fünf Dinge, die man sieht, vier Dinge, die man tastet und so weiter und sagen mir, du verwechselst das jetzt, fünf Dinge, die man tastet, sagst du und vier, die man sieht oder sowas, also, dass du einfach die Zahlen und die Sinne miteinander vertauscht, da wird keiner kommen und sagen, öh, es war aber falsch, das ist komplett egal, es geht einfach nur drum, dass du diesen Fokus legst auf die Sinne und dann mit den Zahlen kombinierst, also, wenn, wenn du das jetzt in, in einer Situation, ähm, wenn dir das dann nicht mehr so einfällt in dieser Reihenfolge, dann machst du es besser irgendwie als gar nicht, verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, es ist einfach, weil es nützt nichts, wenn du sagst, ich merke, dass du traumatisiert bist, aber ich muss das jetzt nochmal kurz googeln, nimm dir nochmal zwei Minuten, ja, das ist Quatsch, darum mach lieber irgendwie als gar nichts, versuch, die Person irgendwie wieder in die Realität zu bekommen. Diese fünf Zahlen sollen einfach die Sinne abdecken, äh, abdecken und unseren Fokus wieder auf den Raum richten und es kann natürlich manchmal schwer sein, für alle Sinne oder alle Kategorien etwas zu finden und manchmal weichen wir dann auch wieder auf sowas auf, wie, äh, aus wie, ja, eine Sache, die gut war, eine Sache, die du an dir magst, also, dass man halt versucht, irgendwie positive Gedanken zu wecken, ähm, ja, es kann aber auch sein, dass das für jemanden triggernd ist, weil dieses Runterzählen die Person auch fertig macht, gibt auch Menschen, die haben so krasse Zwangsstörungen, dass sie zum Beispiel viel zählen müssen, also, die müssen in bestimmten Abständen Zahlen zählen, also, zum Beispiel nur die Primzahlen oder dergleichen und, ähm, wenn die das nicht machen und dabei irgendwelche bestimmten Bewegungen machen oder Schnalzgeräusche oder Schnippen oder was auch immer oder auch nur das Zählen, das reicht ja auch und wenn es nicht in einem gewissen Tempo oder dergleichen stattfindet, dann müssen sie von vorne anfangen und vorher können sie zum Beispiel nicht das Haus verlassen oder die Waschmaschine einschalten, also, da gibt es ja wirklich sehr krasse Dinge und diese Menschen sind auch, ja, gefangen eben in ihrem Zwang und der auch nichts anderes ist als ein Versuch, Kontrolle zu erlangen und ein Gefühl der Sicherheit aufzubauen, auch wenn es nur eine Illusion ist und ja, für solche Menschen kann dann Zählen natürlich auch triggern sein, ja, darum, am besten ist es natürlich, wenn man die Person kennt und wenn man sie nicht kennt, ähm, da kann man einfach versuchen, ähm, zum Beispiel jetzt in der U-Bahn, wenn da jemand eine Panikattacke hat oder irgendwie, man merkt, da geht es einem nicht gut, dann versuchen eben die Person ins Hier und Jetzt zu holen, zum Beispiel, ähm, sag mir, wie, welche Farbe habe meine Schuhe, äh, wie viele Fenster sind, äh, siehst du hier und, ähm, welche Farbe hat der Sitz und, ähm, ne, solche Sachen, also, dass man so Sachen, die wirklich eigentlich eher so wertfrei sind und aber mit dem Hier und Jetzt äh, zu tun haben, also die du siehst, die er sieht oder sie sieht und wo ihr dann gemeinsam auf den Nenner kommen könnt. Ja, das ist eben auch dieses eben so in die Gegenwart zurückkommen, im Hier und Jetzt sein, offene Augen haben, Umgebung wahrnehmen und beschreiben, rückwärts zählen, das hatte ich genannt. Man kann auch, wenn man jetzt Sachen parat hat, also in der U-Bahn hat man das eher nicht, aber zum Beispiel in gewissen Kontexten, äh, irgendwas, wo die sich spüren können, äh, bei den Borderline-Betroffenen hatte ich die Steine erwähnt oder was einfacher ist, zum Beispiel einen Igelball anbieten oder irgendwas zum Kneten, irgendwas, was die in die Hände nehmen können. Es gibt doch jetzt auch diese Pop-Up-Ups, ähm, laut Amazon sind die angeblich eher für Menschen mit einer Autismusstörung, aber also mir helfen die zum Beispiel auch. Also, dass ich da einfach so drauf rumdrücke und, äh, dann danach denke und mich beruhigt es dann auch so ein bisschen und, äh, also, das kann jeder verwenden einfach so. Genauso wie diese, gab es doch auch mal diese Zangen, mit denen man, also so Mini-Zangen, die man so zudrücken konnte und dann konnte man da auch irgendwie, äh, was hat man eigentlich damit gemacht? Irgendwie auch so Spannungen abbauen und so, äh, aber die waren wirklich schwer vom Widerstand, also, gab es aber, glaube ich, auch verschiedene, also leichtere, schwerere, irgendwas, was einfach körperlich anstrengt, ähm, oder irgendwie, wo man einfach sensorisch so einen gewissen Druck merkt und auch wieder spürt, okay, ich bin in meinem Körper, ich bin hier, meine Gedanken, ne, Gedanken können weit wegfliegen, ich kann jetzt zu meinem Sommerurlaub fliegen, ich kann zurück in die Vergangenheit, in meine Kindheit fliegen, äh, wo ich meine Erzieherin in der Toilette eingesperrt habe, mit einem Pfennigstück, äh, das waren diese Toiletten, wo man außen so drehen konnte, diese Schlitze, und dann hat sie mir mein Kleingeld weggenommen und ich war sehr traurig, und ich habe es auch nie wieder bekommen, fällt mir ein. Anzeige geht auf jeden Fall raus an der Stelle, ja, also wie gesagt, Igelball anbieten, irgendwas, wo man sich wieder spürt, allgemein ist Sport auch sehr gut, mh, weil bei Sport kriegst du einfach wieder dieses Gefühl für dich selber, wie du dich selber deine Kraft einschätzen kannst, ähm, dein Gewicht eventuell halten kannst, bei Liegestützen oder dergleichen, oder bei Klimmzügen, dass du dich selbst heben kannst, einfach dieses, wo du, ne, diese Power in dir spürst, und ich glaube, ein Problem der heutigen Zeit ist, dass wir auch einfach zu verkopft sind, immer dieses Denken, 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 aber Denken bringt dich halt nichts, weil der Körper ist immer noch hier, wie gesagt, du kannst in die Zukunft reisen, gedanklich, in die Vergangenheit, dein Körper ist trotzdem hier, so, weißt du, wie ich meine, und ganz oft driften wir da eben ab, und bei Menschen, die traumatisiert sind, und dann dissoziieren, oder getriggert werden, die sind dann einfach auch komplett woanders, obwohl der Körper ja immer noch da ist, so, ja, das klassische Atem kontrollieren, dass man bewusst, gerade wenn jemand hyperventiliert, Atem anhalten, langsam ausatmen, langsam einatmen, diese Geschichten, da gibt es auch sehr viele gute YouTube-Übungen, kann ich nur empfehlen, und dann eigentlich das Klassische aller Dinge, einfach einen Schluck Wasser trinken, weil du da auch einfach durch den Schluckreflex, und das kalte Wasser fließt dir den Hals runter, oder du spürst dich innerlich so, aha, da ist was, und ach ja, stimmt, ich bin ja hier, und ja, so ein Schluck Wasser, schadet nie, und wenn man jetzt wirklich keine Idee hat, einem nichts einfällt, dann biete einfach einer Person einen Schluck Wasser an, also bevor man gar nichts macht, einfach mal einen Schluck Wasser anbieten, ist immer besser als nichts, was auch helfen kann, ist den Herzschlag zu beruhigen, Hände reiben, danach die rechte Hand auf das Herz legen, und die linke Hand auf den Nabel zum Beispiel, also das kann man bei Kindern machen, einfach um die zu beruhigen, und ihnen zu zeigen, hey, ich bin da, und ich passe auf dich auf, dann auch eben, wie gesagt, sportliche Dinge, Trampolin springen, laufen, Bogen schießen, auch so, was auch ganz oft in so Therapien, gerade in so Suchttherapien stattfindet, ist so Gärtnern, also dass die dann irgendwelche Sachen umtopfen müssen, oder, ja, viel an der frischen Luft sind, und Pflanzen einpflanzen, und da Verantwortung für die Übernichtung, nehmen, und Steine bemalen, irgendwas schreinern, also so handwerkliche Sachen sind eigentlich sehr meditativ, ich glaube manchmal sogar, dass die Menschen, die so handwerklich arbeiten, dass die glücklicher sind, als die Leute im Büro, einfach weil die so, ne, die arbeiten so mit ihren Händen, die spüren sich den ganzen Tag, und, ja, Bürokratie kann es immer noch outsourcen, und die machen dann einfach nur das, worauf die Bock haben, und, ne, die sind einfach so präsent im Leben, weil du musst wirklich sehr achtsam sein, wenn du handwerklich irgendwas tust, und, ja, ich glaube bei einer E-Mail, also, keiner sieht, wie du angezogen bist bei der E-Mail, und, was du vielleicht parallel machst, aber, wenn du zum Beispiel mit Pflanzen zu tun hast, oder irgendwas reparierst, da ist ja dein Fokus in dem Moment vollkommen da, und da kannst du nicht irgendwie, keine Ahnung, tausend Sachen weitermachen, äh, parallel machen, weißt du, wie ich meine, also ich glaube dieses, diese monotonen, in Anführungsstrichen monotonen, wird ja immer sehr negativ heutzutage bewertet, alle immer so, äh, Multitasking, aber Multitasking führt dich halt auf Dauer nirgendwo hin, weil, wenn du was wirklich meisterhaft beherrschen willst, dann musst du Multitasking eigentlich eher beenden, und dich wirklich so auf eins, äh, fokussieren, wirklich so, the only thing so, also eine Sache, und alles andere kommt erst danach, so Prioritäten setzen, und, ja, das hat eigentlich alles mit Achtsamkeit, mit meditativen Handeln zu tun, und, ich denke, auch da geht das Paradigma immer mehr Richtung östliche Weisheiten, kombiniert mit dem westlichen Leistungsdruck, und, ja, die jüngeren Generationen checken das total, und ich bin auch voll stolz auf die, und ich hoffe, ich kriege noch ganz, ganz viel von euch mit, bei älteren Generationen ist zum Teil halt wirklich so, eher dieses, ja, nee, also ich mag kein Yoga, ich mag kein Qigong, ich, äh, hasse Sport, ich will eigentlich nur in Ruhe, äh, meinen, meinen Fernsehfilm gucken, und ich hasse alle, so ungefähr, und mit dem Mindset kommst du halt nicht weit, ich meine, klar kannst du so leben, jeder kann leben, wie er möchte, ja, ähm, aber, das bringt dich halt nix, bringt dir halt nix, weil, also, ne, das ist kein, also für mich wäre das kein Leben, so, ich könnte das nicht, und, also von der Qualität her auch einfach, ist es so ein bisschen beschränkt, weil, es ist halt auch kein wirkliches Bewusstsein irgendwie da, ich meine das jetzt nicht, äh, abwertend oder so, aber, also, mir tun die Leute insofern leid, als dass sie einfach viel vom Leben verpassen, weil sie so denken, ach so, so ist das Leben, aber wenn man neue Sachen ausprobiert, man findet immer irgendwas, was einem gefällt, das heißt ja nicht, dass du für immer meditieren musst, oder, für immer jetzt zum Yoga-Kurs gehen musst, oder so, aber, ich denke, es gibt für jeden Menschen irgendeine Form von Achtsamkeitstraining, die er in seinen persönlichen Alltag integrieren kann, und die ihm helfen kann, dass er einfach leichter durchs Leben geht, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Ja, was gibt's noch? Hängematte, der klassische Style, zwischen zwei Palmen, oder auch einfach nur im Garten, und dann auch, was heutzutage auch sehr, äh, leider an Bedeutung abgenommen hat, äh, Singen, Summen, Reime, sowas, was Kinder lieben, äh, ich hab das Gefühl, irgendwie spätestens in der weiterführenden Schule wird so das Singen irgendwie ein bisschen aufgehört, oder es ist irgendwie cringe, weil sich alle denken so, okay, keine Ahnung, warum sollen wir jetzt auf Kommando singen, außer man ist halt im Chor, und, ja, aber Singen verbindet Menschen, da kommt der ganze Körper in Schwingung, im wahrsten Sinne des Wortes, und, ja, Schwingen, äh, Singen ist auch immer so eine höhere Form von Bewusstsein, und, ja, eigentlich Erwachsene sollten auch öfter singen, nicht nur unter der Dusche alleine, oder beim Auto, sondern, ja, weiß auch nicht, ich mein, wenn ein Erwachsener jetzt durch die Welt läuft, irgendwie außen, keine Ahnung, im Supermarkt das Singen anfängt, dann würden alle sagen, okay, der hat sie nicht mehr alle, der ist irgendwie gestört, oder so, aber wenn mehr Menschen einfach so singen, oder zumindest summen würden, oder so, ich mein, das hat auch wirklich was Selbstregulierendes, und, ähm, ja, das Mindset der Menschen muss sich da einfach noch ändern, weil wir, wir sind einfach zu starr, immer dieses, ab einem gewissen Alter singst du nicht mehr, ab einem gewissen Alter summst du nicht mehr, ab einem gewissen Alter träumst du nicht mehr, sollst nur noch Rechnungen zahlen, und, äh, keine Ahnung, ja, ein guter Deutscher sein, das ist halt alles irgendwie so lost, also, ich bin so froh, dass ich, selbstständig denken kann, und einfach das für mich so sag, so, nee, also, das möchte ich nicht, so ein Leben möchte ich nicht führen, wer das so machen möchte, kann das ja gerne tun, ich möchte das nicht, also, ich möchte auch mal eine Folge aufnehmen, zum, zum Thema Nietzsche, hiermit, wer nicht zwei Drittel des Tages versichert, ist ein Sklave, ähm, aber gut, das passt jetzt nicht hier in diesen Rahmen, erste Hilfe Koffer, Skill Training, hatte ich ja schon zu Beginn ein bisschen erwähnt, das kommt jetzt natürlich aufs Alter drauf an, und auf die Person an sich, auf ihren Charakter, allgemein gibt es verschiedenste Dinge, und man muss eben rausfinden, was zu wem passt, es gehen zum Beispiel Kuscheltiere, Tücher, Musik, Bücher, Symbole, für irgendwelche sportlichen, äh, Aktionen, also, dass man dann anhand des Zettels, oder des Symbols erkennen kann, okay, jetzt mache ich das und das, Gespräche, Freunde anrufen, Übungen, die man noch lernen könnte, die man sich auf die To-Do-Liste quasi gesetzt hat, Fotos, die man irgendwie mit positiven Erinnerungen assoziiert, Spiele, und so weiter, und dieser Koffer ist dann Eigentum des Betroffenen, und das ist eine Art, ja, ein Weg zur Selbstregulation, und auch ein Weg zurück zur Autonomie des Betroffenen, vom Trauma, dass er einfach merkt, okay, ich habe zwar dieses Trauma erlebt, also, das kann man nicht rückgängig machen, aber ich lerne, damit umzugehen, ich lerne, dass ich mich dann zum Beispiel nicht selbst verletze, oder mich betrinke, oder, äh, wenn ich merke, okay, ich kriege weniger Luft, oder mein Herz rast, äh, dass ich dann nicht mehr in Panik gerate, sondern ich zähle, ich atme, also, ich achte auf meinen Atem, bewussten Atem, also, je nachdem, wem was hilft, die müssen das ja auch erst ausprobieren, wie gesagt, du kannst da keine Schablone über ein Menschenleben drüberziehen, oder irgendein Muster und sagen, so, du musst jetzt A, B, C mal durchmachen, und dann geht es dir besser, ja, wenn das so wäre, dann gäbe es keine kranken Menschen mehr, weil dann jede Krankenkasse sagen würde, passen Sie auf, machen Sie das, 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 und keiner wird krank, ja, und, ähm, oder sie werden dann wieder gesund, oder so, ne, umgekehrt, weil die gesundheitsstärkenden Maßnahmen und Krankheitsprävention, das ist ja auch noch nicht so fortschrittlich heutzutage, aber auch das wird sich in der Zukunft nochmal umändern, weil auch da die Menschen eben merken, dass es alles Quatsch ist, dieses ständige Symptome bekämpfen, statt dass man im Voraus guckt, dass man erst gar nicht krank wird, ja, naja, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, unterschiedlich, je nach Alter, Kinder zum Beispiel Kuscheltiere, wobei auch Erwachsene Kuscheltiere haben können, also auch da bitte nicht wertend sein, so dieses, oh, ab einem gewissen Alter hat man doch keine Kuscheltiere mehr, oder, war es diese Musik, oder war es, du schaust Disney Filme, ja mei, wenn es die Person beruhigt, dann ist es halt so, und wenn die 50 ist, und jetzt, äh, keine Ahnung, was gibt es doch so für Filme, äh, was gibt es so für Disney Filme, ja, König der Löwen anschauen will, ja, dann soll sie doch, also wenn es hilft, ich sage immer so, alles, was hilft, ist erlaubt, und vor allem soll es halt auch keinem, Schaden, auch nicht der betroffenen Person, natürlich, und, ja, drum, äh, auch da eben, wieder aufpassen mit Ethikierungen, nicht dieses, äh, eine Person macht das und das, aber die ist doch schon so und so alt, benimm dich mal, oder, äh, wieso bist du so komisch, oder, was stimmt mit der nicht, die so seltsam, und der ist irgendwie so, so weird, und so, äh, mei, wenn es dem, oder ihr hilft, dann lass doch so, also, du weißt nicht, was Menschen geschehen ist, du siehst, du triffst so oft Menschen, wir alle treffen im Alltag so viele Menschen, wir wissen noch nicht, was die bisher erlebt haben, und warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten, und das ist einfach auch so eine Form von, Bewusstseinsschärfung, dass wir uns immer wieder klar machen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben, welche Schmerzen, welche Leiden ein Mensch schon durchlebt hat, auch vielen Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen, siehst du das von außen nicht an, jetzt klar, aktuell noch so in den Augen, diese blanke Angst, dieser Horror, der ihnen wirklich bis tief in die Knochen steckt, aber mit der Zeit, du wirst an denen vorbeigehen, und du wirst dir nicht denken, dass das traumatisierte Menschen sind, weil da steht nicht Fett Trauma auf der Stirn, weißt du, das ist nicht irgendwie tätowiert, oder, ne, also es ist nichts irgendwie klar, du merkst es vielleicht irgendwie dann, wenn du näher mit den Leuten zu tun hast, dass die irgendwie zurückgezogen sind, oder eben vom Verhalten irgendwie, ne, vielleicht ängstlich, oder eben je nach Symptomlage, und nach Ausprägung der Symptome, etc., aber, an sich, du siehst doch keine Menschen an, was er erlebt hat, und deswegen, müssen wir da auch wirklich uns alle selber an die eigene Nase fassen, und immer aufpassen, wen wir für was verurteilen, und, ähm, ja, wie wir mit Menschen umgehen, und da schließt sich an dieser Stelle auch wieder der Kreis dieser heutigen Folge, da kommen wir eben wieder zu diesem Thema Respekt, zu diesem Punkt Respekt zurück, wenn wir Respekt entgegenbringen, dann heißt es einfach in erster Linie, dass wir die Menschen erstmal so nehmen, wie sie sind, und nicht in Schubladen stecken, nicht verurteilen, und, ja, erstmal so annehmen, wie sie sind, das heißt nicht, dass jetzt jeder irgendwie Psychotherapeut sein, oder spielen muss, um Gottes Willen, das nicht, aber, es geht einfach um so einen Grundrespekt, und dieses, hey, ich weiß zwar nicht, warum du so bist, aber, okay, so, das wäre ja schon mal ein Anfang, und nicht dieses, ablehnende, verurteilende, über andere lästernde, sich über andere lustig machende, das ist eben, ja, das kann Menschen auch in den Suizid treiben, und, das sind einfach auch so Horrorgeschichten, und Schicksale, die sich einfach vermeiden lassen, wenn wir respektvoller miteinander umgehen, und, ja, aber wie gesagt, mir ist auch bewusst, jeder hat so seine wunden Punkte, und jeder denkt sich manchmal so, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock, auf irgendwen Rücksicht zu nehmen, auf mich nimmt auch keiner Rücksicht, ja, also, ich, äh, ja, ich kann das alles gut nachvollziehen, und dennoch ist es eben unsere Aufgabe, als bewusste Menschen, dass wir, ja, da einfach immer wieder uns versuchen, irgendwie, zu verbessern, und wenn wir uns selber verbessern, dann verbessern wir auch die Welt, und, ja, in diesem Sinne, Gott segne die Ukraine, ich denke an euch, ich bete für euch, kippet ne Villa aus Nürnberg, ciao. Musik 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 Vielen Dank.